Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner trifft auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin ein. Für die Partei ist es der erste Parteitag nach der Bundestagswahl und den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen. In seiner Rede attackiert Lindner Angela Merkel scharf. Die Bundeskanzlerin sei für die Uneinigkeit der Europäer zum Beispiel in Sachen Iran oder Freihandel verantwortlich. Jetzt ist Leadership nötig. Wenn Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher 1989 die gleiche Zögerlichkeit gehabt hätten wie Frau Merkel heute, hätte es die deutsche Einheit niemals gegeben. In der Russland-Politik spricht sich Lindner gegen einen Sanktionsabbau aus, den Teile der FDP verlangen. Dies würde nur den Hardlinern in Moskau in die Hände spielen, erklärt er. Russland hat seinen Platz im Haus Europa, wenn es sich an die Hausordnung hält. Der Parteitag der Liberalen in Berlin unter dem Motto Innovation Nation dauert noch bis morgen.